Hallo, wir sind die Familie Börner. Und wir zeigen euch jetzt unser Zuhause. Kommt rein! Das ist mein Mann Matthias. Ich bin die Diana. Wir wohnen seit letztem Jahr in unserem Traumhaus im wunderschönen Alzenau mit unseren beiden Kindern. Angekommen ist für uns das richtige Stichwort. Und natürlich für uns hier im Traumhaus, aber auch unsere Straße ist wunderbar, unsere Nachbarschaft ist wunderbar. Wir haben das Glück gehabt, dass sie auch Freunde neben uns gebaut haben und auch schräg gegenüber. Und tatsächlich, ja weiß nicht, der Club der Hansehausbauer. Also in der Straße haben wir hier vier Hansehäuser mit unserem zusammen, sind hier in den letzten anderthalb Jahren entstanden. Und über die Freundschaft genau ist es natürlich auch immer was Tolles, was Gemeinsames. Also da hat man natürlich auch immer wieder einen tollen Anknüpfungspunkt. Damals, Mensch, wie war das bei euch bei der Übermusterung? Da haben wir uns dann eben die Infos geholt. Aber genauso sind heute natürlich noch die Häuser Thema. Und eigentlich auch immer wieder so ein bisschen das gegenseitige Bild bekräftigen. Wenn man vielleicht bei einem kleinen Absacker oder bei einem Feierabendbier hinten aufs Feld guckt, dass man sich schon immer mal in die Augen guckt und sagt, Mensch, haben wir doch alles richtig gemacht. Und ja, glaube ich, gilt für unsere Nachbarn genauso wie für uns. Hier ist unser großer Eingangsbereich, wo wir schon geschaut haben, dass wir viel Stellfläche haben, aber er nicht vollgestellt wirkt. Dann haben wir unser Gäste-WC, wo wir auch noch eine separate Dusche eingeplant haben. Von hier aus nehme ich euch mit ins Wohnzimmer. Mit unserem schönen Ausblick aufs Feld. Ja, und auch unser kleinstes Familienmitglied fühlt sich hier sehr wohl. Also von der Zeitspanne kann man ungefähr sagen, dass wir vor zwei Jahren mit der Planung begonnen haben. Uns umgeschaut haben, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Wir hatten verschiedene Optionen uns angeschaut. Bauen wir mit einem Bauunternehmer, nehmen wir uns einen Architekten oder haben uns auch mit dem Thema Fertighaus auseinandergesetzt. Wir haben dann wirklich uns mit beschäftigt, Holzständerbauweise, was heißt das eigentlich? Weil wir eigentlich auch eher so der Meinung waren, Mensch, Massivhaus, das ist doch was für die Ewigkeit. Aber dann, je mehr wir uns damit beschäftigt haben und auch gerade mit dem Austausch mit den Freunden, haben wir schon gemerkt, Mensch, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz gutes Konzept. Und was mich auch am Ende noch überzeugt hat, macht ja Hansa Haus auch sehr gerne, die Werksführung in Oberleichtersbach. Ich gesehen habe, mit welchem hohen Fertigungsstandard da produziert wird und wie, ja, einfach auch wie viel Know-how da drin steckt in der Holzständerbauweise. Und dass wir dann am Ende für uns gesagt haben, Mensch, das ist, glaube ich, der beste und der richtigste Weg. Unser Vorteil in der Planung war, glaube ich, dass wir schon ein Haus hatten und genau wussten, was wir nicht mehr wollen. Wir hatten so zwei, drei Eckpunkte, die uns wichtig waren und um die herum haben wir dann tatsächlich auch das Haus hier geplant. Es ist ein freigeplantes Haus. Uns war wichtig, großzügig zu planen. Wir haben immer viel Besuch, wir haben viele Freunde da, es soll Platz sein. Gerade im Wohnbereich, hier halten wir uns tagtäglich auf. Dann haben wir noch so ein paar Highlights, die dir wichtig waren. Die Eingangstreppe, das war so unser Dreh- und Angelpunkt, bis wir gesagt haben, wir wollen eingedrehte Treppe, die soll gerade sein. Und wir wollten auch diese offene Faltoptik, also keine Wange rechts, links. Hat schon viel dann in der Planung hier mitbestimmt. Und mir war beispielsweise ganz wichtig, große Garage. Ich habe auch immer von geträumt, direkten Zugang vom Haus in die Garage zu haben, eine große Einfahrt zu bekommen und das haben wir alles umgesetzt. Also viel Licht war uns wichtig. Richtig, der Ausblick. Genau, dass man hier den Ausblick genießen kann. Wir haben viele Fenster, viele bodentiefe Fenster. Und das waren die Fakten, mit denen wir zu unserem Berater sind und der sich dann wirklich viel, viel Mühe gegeben hat, dass alles so umgesetzt werden konnte, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten schon immer einen richtig, richtig großen Esstisch. Und unseren Essbereich konnten wir uns dann so planen, dass wir ihn uns auch erfüllen konnten, den Wunsch. Und von hier aus kommen wir in unsere Küche, die schön großzügig geplant ist, die viel Platz und Möglichkeiten bietet und wo sich eigentlich fast alle am liebsten aufhalten. Eins unserer großen Etappenziele war die Bemusterung in Oberleichtersbach, was tatsächlich von Vorteil ist, wenn man sich vorher die Zeit nimmt und auch mal nach Oberleichtersbach fährt und sich einfach schon mal anschaut, worauf kommt es denn schlussendlich an, über was muss ich Entscheidungen treffen, welche Auswahl gibt es vor Ort. Und das hat uns die zwei Tage doch schon ein Stück weit erleichtert. Ja, es ist auf alle Fälle ein spannender Prozess in den zwei Tagen Bemusterung. Es ist anstrengend, aber wir haben uns schon jederzeit gut an die Hand genommen gefühlt, weil natürlich, was für uns als Bauherren total aufregend ist und natürlich für die Kollegen und Kolleginnen in Oberleichtersbach bei der Bemusterung täglich Brot, aber es ist schon so eine Mischung aus Sachen, die uns klar waren, wie Diana schon gesagt hat, aber auch Dinge, wo man sich bis zu dato überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Ich weiß nicht, wie tief mein Fensterbrett sein soll oder nicht, aber auch da findet sich immer ein Weg und eine Lösung, was ich wirklich jedem angehenden Bauherr empfehlen kann. Macht euch Gedanken im Vorfeld, aber auch nicht zu viel. Vieles ergibt sich auch einfach on the fly. Ja, und von der Küche aus kommt man auf unsere wunderschöne große Tasse. Ja, wir haben uns hier unsere eigene kleine Wellness-Oase geschaffen mit einem Wasserbecken und viel Platz zum Sitzen, zum Verweilen und zum Miteinander feiern. Ich habe sehr positive Erinnerungen, dass wir mit allem immer wieder zu unserem Berater kommen konnten. Also selbst wenn über Nacht wieder eine neue Idee entstanden ist oder ich wieder mir überlegt habe, wäre es vielleicht nicht besser, wenn die Wand doch noch ein bisschen verrückt wird. Also ich hatte nie den Eindruck, dass ich jetzt unserem Berater auf die Nerven gehe oder dir die Augen verleiert und denke, die jetzt schon wieder, der hat sich wirklich bis zum Schluss Mühe gegeben, dass wir dann auch schlussendlich zufrieden sind mit unserem Projekthaus, unserem Traumhaus. Und genauso war eigentlich auch die Bauphase. Wir haben ja dann von unserem zugeteilten Bauleiter dann auch den Ablaufplan bekommen, wann welche Etappen in welchem Zeitverlauf umgesetzt werden. Und da muss ich wirklich sagen, vom Erstellen der Bodenplatte über den eigentlichen Stelltermin bis hin eben zum Finishing. Wir haben das Haus schüsselfertig gekauft, hat das alles wunderbar geklappt, war alles im Timing. Auch oben haben wir einen großzügigen Flur, der alle unsere Zimmer verbindet. Wir haben hier ein Kinderzimmer und drüben das zweite. Hier ist Kinderzimmer Nummer zwei, genauso groß wie das andere, um Diskussionen zu vermeiden. Bei der Heizungsart haben wir uns in unserem Haus für eine Gasbrennwerttherme entschieden, in Verbindung mit einer Solarthermieanlage auf dem Dach. Und haben wir ehrlich gesagt auch gar nicht so lange drüber nachgedacht. Mir war sehr wichtig, eine verlässliche Technik und auch eine sehr kompakte Technik. Wir haben jetzt ja auch schon in unserem Haus eine Heizperiode hinter uns und haben auch da gesehen, dass der Verbrauch wirklich sehr, sehr optimal und sehr effizient ist. Ja, was mir auch wichtig war, ein energieeffizientes Bauen. Das Haus ist im KfW 40 Standard gebaut. Da haben wir von Hans aus extra nochmal die Bodenplatte dämmen lassen, um eben auch entsprechend die KfW Fördermittel nutzen zu können. Und das hat sich aus meiner Sicht auch schon super bewährt. Also zu meiner Linken geht es in unser Schlafzimmer mit direkten Durchgang in unsere Ankleide. Was ich hier oben auch ganz toll finde, ist egal aus welchem Fenster man schaut, man guckt immer ins Grüne. Und vor allem von unserem schönen Badezimmer aus, mit einem wunderbaren Blick auf unseren Weinberg. Und hier im Badezimmer eines unserer Highlights, unsere budentiefe Dusche mit Sitzbank. Die erste Nacht hier tatsächlich war sehr, sehr aufregend. Wir haben so viel geschafft. Ich bin eigentlich tot ins Bett gefallen. Geträumt habe ich nichts. Jeder fragt ja immer nach dem ersten Traum, der dann in Erfüllung geht. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl, am ersten Morgen dann die Treppe runterzulaufen. Das hatte ich mir auch immer so vorgestellt, meine schöne Treppe herunterzuschreiten. Und dann hier das erste Mal zu frühstücken. Und das weiß ich noch. Wir saßen dann am Esstisch, haben den Ausblick nach draußen genossen. Und du warst einfach angekommen. Also ich war sofort angekommen. Und das war für mich, ja, Ziel erreicht. Also für mich ist es heute noch so. In manchen speziellen Momenten, wenn man wirklich so durchs Haus geht und das Licht schön einfällt, kommt immer schon noch so ein Moment, wo ich mir denke, Mensch, das ist jetzt hier genau so, wie wir uns das ausgedacht haben. Und wenn ich so oben im ersten Stock in den Flur reinguck, dann ist er genau so, wie wir uns das irgendwann mal überlegt haben. Und das ist schon, also auch nach einem Jahr immer noch fast ein überwältigendes Gefühl. Schön, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Macht's gut. Tschüss. Tschau.